Ja, was geht Leute? Mein Name ist Danny Birnitsch und ich nehme die Ice Bucket Challenge an. Die Ice Bucket Challenge ist eine Organisation, die für eine Krankheit wirbt, die sehr selten ist. Und ich denke, ihr habt das schon auf YouTube gesehen, könnt ihr die Ice Bucket eingeben. Und ja, ich wurde von Giorgio nominiert. Und wenn ich das nächste nominiert, das mache ich danach. Das ist echt kalt, Dicke. Sag mal, guck mal, guck mal, nicht, dass ich umsonst mache. Okay, ich habe das Ice jetzt ein bisschen drin gelassen. Die großen Stücke habe ich rausgenommen wegen Verletzungen oder sowas. Ich mache jetzt einfach und... Ich nominiere Allotrix, 61... 61 Minuten Sex, Jan und Jenna. Und ich für die Solution.